Hey Freunde und Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei eurem TuneV und herzlich willkommen zurück zu 501 at Freddy's Golden Pass. Die erste Folge ist ja schon mal sehr, sehr gut bei euch angekommen. Ha? Da kann man ruhig mal klatschen. Deswegen hoffe ich natürlich, dass auch diese Folge wieder gut bei euch ankommt. Lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne mal bei meinem Zweitkanal vorbeischauen. Da lade ich so ein bisschen Shooter und Survival Games hoch. Könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. Link ist in der Beschreibung. Gerne ein Abo da lassen. Aber jetzt machen wir weiter in FNAF Golden Pass und ich muss Nacht 1 nochmal machen. Was ist denn das für ein Beschiss? Ich habe auf Continue gedrückt. Na gut, ich mache die erste Nacht nochmal schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir aber wieder in Nacht 2. Nacht 1 habe ich relativ entspannt wieder hinter mich gebracht. Ich meine, die war im ersten Video, im ersten Part, den ihr auch gesehen habt, war die erste Nacht auch ziemlich easy. War sie gerade auch wieder. Gar keinen Stress gehabt. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich habe jetzt gerade einfach mal den Phone Guy komplett deaktiviert. Dass ich keinen Bock auf den Typen habe. Aber eigentlich müsst ihr jetzt in der zweiten Nacht dann ja jetzt... Oh, hi Spring Bonnie. Spring Foxy müsst ihr jetzt dann aktiv sein in der zweiten Nacht, ne? Das war im ersten Part... Ne, ist doch richtig, oder? Naja, ich werde schon noch früh genug herausfinden, welches Vieh hier aktiv ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Spring Foxy war. Wir haben ja auf jeden Fall von Spring Foxy im letzten Video einen Jumpscare kassiert. Äh, weil ich nicht so richtig verstanden habe, wie die Mechanik funktioniert. Wir müssen Spring Foxy auf jeden Fall anfangen zu flashen, sobald das Vieh anfängt, sich zu bewegen. Ich dachte, das kommt erst runter zum Büro getingelt und so. Aber nein, nein, man muss es direkt anleuchten. Oh, jetzt greift erst mal Spring Bonnie an. Moment. Wir aktivieren den Sound und bringen Spring Bonnie wieder nach Hause. Zurück auf die Bühne. Da fühlt Spring Bonnie sich nämlich am wohlsten. So, Foxy ist auch immer noch auf seiner Bühne. Also, alles okay, alles entspricht. Was ist das für Musik? Hey? Ich habe keine Musik gebucht. Entschuldigen Sie bitte. Foxy ist noch... Warte. Ja, Foxy ist noch auf der Bühne, okay. Endlos Geld habe ich noch nicht gehört bis jetzt. Aber wir müssen auf jeden Fall zwischendurch die Foxy-Camp checken, ja? Aber Foxy ist, glaube ich, relativ ungefährlich und lässt sich viel, viel Zeit. Aber sobald das Vieh sich in Bewegung setzt, müssen wir es auf jeden Fall sofort anleuchten. Ansonsten können wir unsere Koffer packen. Und siehe da, auch Spring Bonnie hat schon wieder den Weg runter zu unserem Büro gefunden. Das ist klasse, dass die mich alle besuchen kommen. Immer wenn ich hier nachts die Nachtschicht mache. Toll! Echt toll, 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 toll. Geh. Oh, das... Endlos Geld, Endlos Geld, Endlos Geld. Hita? Okay. Hita läuft, Hita läuft. Mach das mal aus. Wir gehen hier hin. Okay. Wir müssen uns bereithalten. Spring Bonnie taucht ja direkt vor uns auf. Also, ne? Direkt, direkt vor uns, quasi in unserem Gesicht drin. Dann müssen wir hier den Sound aktivieren. So, warte. Sobald Spring Bonnie jetzt zurück ist. Okay, was macht Foxy? Ah! Okay, okay. Ich hab Spring Foxy angeleuchtet. Spring Foxy ist direkt zurückgekehrt auf seine Bühne. Okay. Es funktioniert also. Aber wir müssen Spring Foxy auf jeden Fall im Auge behalten. Das ist ganz, ganz klar. Oh, Foxy hat sich schon wieder bewegt. Wir flaschen Foxy an. Alright. Spring Bonnie steht jetzt, seit wir Spring Bonnie gerade das zweite Mal abgewertet haben, steht das Vieh nur noch auf der Bühne. Ich mein, wir haben jetzt schon wieder 4 Uhr nachts. Und das Vieh dafür, dass es eigentlich so extrem aktiv ist, auch Endoskelett, dafür, dass es eigentlich so extrem aktiv ist. Auch in der ersten Nacht war es jetzt schon ziemlich räudig, ne? Also im ersten Video. Da war Spring Bonnie auch schon ziemlich speedy unterwegs. Und war es ja jetzt gerade eben... Ey. Ey, die Sounds hier, ne? Und bis gerade eben war ja Spring Bonnie auch ziemlich speedy unterwegs. Ziemlich schnell hintereinander. Zwei Angriffe rausgehauen. Ähm, hat jetzt gerade aber lange auf der Bühne gechillt. Obwohl Spring Bonnie jetzt auch wieder on the road ist. So, Moment. Unser Maintenance-Screen ist im Arsch. Wir müssen den kurz reparieren. Endoskelett. Warte. War der Sound links oder rechts? Ne, der war rechts. Oder? Ne, wir wurden noch nicht gejumpscared. Also nehme ich an, dass ich recht hatte. Äh, Foxy chillt noch. Okay. Boah, ich da... Ey, ich... Da war doch gerade schon wieder ein Sound, oder? Und oh, da ist Spring Bonnie. Ey, okay, die Sounds vom Endoskelett verwirren mich gerade. Ne? Weil das Endoskelett kommt ja von rechts. Hier ist der Schacht. Wenn wir Sounds von rechts hören, müssen wir den Heater anschmeißen. Wenn wir Sounds aber... Äh... Wir müssen wieder reparieren. Wenn wir Sounds aber von links hören, dürfen wir nichts machen. Da will das Endoskelett uns nur baiten. Und wir lassen uns natürlich nicht baiten, ne? Und wenn wir gebaitet werden, gehen wir auch drauf. Davon mal ganz abgesehen. Musik aktivieren. Und Spring Bonnie kehrt zurück. Alright, alright, alright. Okay. Aber bis jetzt sieht es ja gut aus. Ich meine, die Viecher ein bisschen penetrant heute Nacht. Aber wir sollten es auf jeden Fall in die dritte Nacht schaffen. Ohne! Und... Alter, Foxy hat angegriffen. Und Endoskelett im Schacht. Wir haben Foxy angeflasht, Heater angeworfen. Scheint funktioniert zu haben. Aber die Uhr müsste auch umspringen jetzt, oder? Wir haben schon lange 5 Uhr jetzt. Steht schon eine Weile auf 5 Uhr. Oh, Spring Bonnie ist auch schon wieder unterwegs. Come on, spring um. Spring um, spring um, spring um. Wir können jetzt gerade nichts machen. Wir können... Easy, easy. Ich wollte gerade sagen, wir können nur Foxy beobachten und hoffen, dass sonst niemand ins Büro kommt. Aber... Hat ja ganz gut geklappt. Und wir starten natürlich direkt weiter in die dritte Nacht. Ich nehme mal an, dass Fredbear jetzt aktiv wird. Ruft jemand an. Hallo, ich brauche Hilfe. Danke. Okay, ich höre mir mal an, was der Phone Guy zu sagen hat. Dann wissen wir mehr. Puh, Freunde. Der Phone Guy hat aufgelegt und uns erklärt, dass ab heute Nacht auch Fredbear on the road ist. Ab heute Nacht will uns auch Fredbear hops nehmen. Fredbear funktioniert folgendermaßen. Genauso wie Spring Bonnie heißt, Fredbear wird irgendwo hier auftauchen und versuchen, uns zu erwischen. Und dann müssen wir hier diesen Alarm aktivieren. Also Fredbear taucht auch hier auf. Und dann kommt er uns auch so nah ins Gesicht. So wie Spring Bonnie. Und dann müssen wir einfach auf den großen roten Alarmknopf hauen. So fest wir können. Damit Fredbear wieder nach Hause geht. Oh. Boah, Foxy hat sich schon bewegt. Ja, let's go. Okay, Leute. Das ist die dritte Nacht. Die sollten wir relativ entspannt durchziehen können, denke ich mal. Ich meine, wir wissen, wie Spring Bonnie, Foxy oder das Endosklet jetzt funktionieren. Hat ja eben schon gut geklappt, die loszuwerden. Wir müssen jetzt nur einfach mit auf Fredbear aufpassen. Und darauf achten, dass wenn Fredbear da ist, wir schön alarmen müssen. Ein bisschen Alarm machen. Foxy hat ja auf jeden Fall Speedy Gonzales-mäßig erst mal direkt noch vor ein... Direkt vor ein Uhr noch einen Angriff rausgehauen. Das haben wir aber geschafft abzuwehren. Aber ich denke mal, wir müssen Foxy jetzt in der dritten Nacht bestimmt ein bisschen besser im Auge behalten. Ich schätze mal, dass Foxy jetzt bestimmt einen Zahn zulegt und versuchen wird, uns zu kriegen. Okay, Fredbear und Spring Bonnie sind beide on the road. Beide in der Location unterwegs. Okay, da müssen wir jetzt auf jeden Fall die Augen offen halten. Fredbear wird hier irgendwo auftauchen, hier im Gang. Und dann, okay, da ist Spring Bonnie. Ich weiß nicht, ob die gleichzeitig eingreifen können. Das wäre natürlich... Uuuuh! Uuuuh! Spring Bonnie kehrt zurück. Da ist Foxy. Und wir müssen unser Maintenance-Panel reparieren. Das müssen wir reparieren. Ohne das Maintenance-Panel können wir Fredbear nicht abwehren. Okay, aber Fredbear ist nicht hier. Puh, Gott sei Dank. Ich dachte, der greift uns bestimmt als nächstes an der Kollege. Okay. Foxy auf der Bühne, Spring Bonnie auf der Bühne. Vom Endos glätt hören wir nichts. Also alles cool. Okay. Aber ich schätze mal, der Nächste, der versuchen wird, uns ans... Oh, Spring Bonnie ist auch schon wieder unterwegs. Ey, okay. Die legen hier echten Zahn zu in der dritten Nacht. Die haben es echt eilig. Huuuh, da ist Fredbear. Der sieht gar nicht freundlich aus. Äh, Alarm. Nein, nicht! Oh nein, ich darf es noch nicht drücken! Scheiße. Okay, aber es hat nichts gemacht, ne? Der greift jetzt nicht an, ne? Ich habe nur im falschen Moment gedrückt. Okay, okay, okay. Ich dachte, die greifen uns an, wenn wir im falschen Moment drücken. Aber machen sie nicht. Glück gehabt. Okay, ich habe gerade echt fest damit gerechnet, dass der uns jetzt Hops nehmen wird. Hat er nicht gemacht. Kuss geht raus, Bro. Kuss geht raus. Unser Maintenance-Panel ist noch ganz. Okay, wir warten also, bis er angreift. Äh, Fredbear. Na? Oh, wie lange lässt er sich Zeit, Alter? Warte, ich muss Foxy checken. Okay, Foxy hat sich noch nicht bewegt. Fredbear. Come on. Er greift nicht an. Er guckt einfach nur. Was ist los mit ihm? Come on. Greif. Ey. Wie lange steht er da rum? Das gibt es doch überhaupt nicht, oder? Ey, hatten wir schon mal eine Animatronic, die uns so liebt? Lalalalalalalalong. Oh. Oh. Okay, wir haben ihn aber abgewehrt. Warte, Endosklet. Endosklet. Endosklet auch abwehren? Nee, Endosklet ist weg. Endosklet ist weg. Foxy bewegt sich. Jesus. Aber wir haben 4 Uhr nachts. Ey, die sind ja richtig fies unterwegs hier. Aber ey. Hatten wir schon mal eine Animatronic, die so lange einfach im Gang stand und uns angestarrt hat? Ich meine, wie lange stand Fredbear jetzt gerade da? Er hat uns einfach nur angeguckt. Keine Ahnung, worauf er gewartet hat. Dass wir ihm Kicks zu werfen oder so. Vermutlich. Man weiß es nicht. Oh, Endosklet. Endosklet. Ich wollte gerade Foxy checken. Endosklet ist aber schneller active geworden. Warte. Foxy, Foxy. Höh. Ich glaube, das war knapp. Hier hat der Bildschirm schon so gekrisselt. Wir hatten schon diese Bildstörung. Ich glaube, wenn das ist, ist der Angriff von Foxy nicht mehr weit. Das war im ersten Video ja auch so. Als ich noch nicht wusste, wie Foxy funktioniert. Da hatten wir auch diese Bildstörung. Und zack. War es vorbei mit uns. Nicht wahr? Okay. Aber wir müssten diese dritte Nacht eigentlich durchstehen jetzt. Wenn wir uns keinen groben Patzer mehr erlauben. Okay, Foxy ist wirklich ultra aggressive. Warte. Ich muss Maintenance Panel reparieren. Come on. Ja, reparier das mal. Reparier das mal. Sehr gut. Wupp, 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 wupp. Spring Bonnie. Spring Bonnie, geh zurück an deinen Platz. Thank you. Thank you. Okay. Foxy ist sehr aggressiv gerade gegen Ende von der Nacht. Da habt ihr festgestellt, oder? Foxy legt gerade nochmal richtig einen Zahn zu. Hier ist wieder Fredbear. Oh, jetzt greift der schnell an, oder was? Ey. Eben hat er sich voll viel Zeit gelassen. Und jetzt guckt er die Scheiße an. Foxy auch. Wow. Okay. Die nehmen richtig an Speed zu. Im Verlauf der dritten Nacht. Holy Macaroni. Okay. Fredbear ist schon wieder irgendwo im Gebäude. Spring Bonnie ist noch auf der Bühne. Spring Foxy ist erstmal auf der Bühne. Haben sie schon eine Weile nichts mehr vom Endosknet abgekriegt. Das scheint die einzige Animatronic zu sein, die sich trotz 5 Uhr, dritte Nacht, noch ein bisschen zurückhält. Danke dafür an der Stelle. Ich freue mich. Oh Gott sei Dank. Puh. Alright. Also das war die dritte Nacht. Die hatten wir im Sack. Jetzt startet die vierte. Das Video ist jetzt glaube ich schon relativ lang. Wir gucken gerade aber trotzdem mal rein. Weil ich bin gespannt. Was sollte denn in der vierten Nacht noch schlimmstenfalls passieren? Die müssen das ja irgendwie steigern. Und wir wissen jetzt wie die Animatronics funktionieren. Was wollen sie machen? Hä? Ich meine rein technisch gesehen sind die Mechaniken ja relativ easy. Und wenn die die jetzt einfach nur schneller machen und nichts Neues hinzufügen, dann sollten wir es eigentlich easy schaffen, oder? Ich glaube ich werde es bereuen, dass ich das gesagt habe. Oha, das Maintenance Panel ist direkt kaputt gegangen. Warte, wir reparieren mal. Es ist nur nicht mal eins Maintenance Panel schon im Arsch. Ja moin, alles klar. Danke für nichts. Wer weiß von welcher heutigen Kackfirma, die hier schon wieder die Maintenance Panels gekauft haben. Okay. Foxy Schild noch auf der Bühne. Okay, wir müssen natürlich auch unsere Batterie im Auge behalten. Die seht ihr nicht, weil die Facecam wieder im Weg ist. Aber wir haben so eine Batterieanzeige, die sich aber... Oh. Die sich aber immer wieder auflädt, okay? Also, ne? Die verbrauchen wir, während wir hier was machen. Auf den... Auf den Sicherheitskamera Panels. Und lädt sich dann... Hi Freddy. Und lädt sich dann hinterher wieder auf. Lässt du dir wieder so lange Zeit, Bro? Oh, oh, oh. Das Endungskill ist da. Warte, das Endungskill müssen wir direkt abwehren. Heater ist aktiv. Okay. Greift Freddy jetzt an? Ne, macht er nicht. Okay. Ich habe kurz damit gerechnet, dass er jetzt bestimmt angreift, während der Heater aktiv ist. Und dass er uns dann volle Granate... Ey, das ist echt übel in dem Game, ne? Wenn die Viecher dir so nah kommen und du die Kälme runter machst, das Semmel auf jeden Fall rein. Freude ist da. Nicht. Okay, hier schon wieder ganz, ganz wilde Hintergrundgeräusche. Foxy ist noch auf der Bühne. Fredbear und Spring Bonnie. Beide schon wieder on the road. Wir haben aber 2 Uhr nachts. Ich meine, sollten wir es schaffen. Da ist Freddy. Ich habe nur kurz geguckt. Maintenance Panel ist noch ganz. Oh! Oh, der ist echt scheiße schnell, ne? Der ist echt... Ich sehe nichts. Oh nein. Oh! Alter. Oh Gott. Okay, ich wusste, dass ich es bereuen werde, dass ich gesagt habe, dass die vierte Nacht bestimmt gar nicht so schwer ist. Aber gut, ich meine, war ja irgendwo zu erwarten. Aber scheinbar steigert sich einfach nur die Geschwindigkeit von den Animatronics. Auf jeden Fall die Geschwindigkeit von Foxy. Ich meine, wir haben Foxy gecheckt. Foxy stand auf der Bühne. Und während wir Fredbear abgewehrt haben, hat Foxy es einfach geschafft, uns schon hops zu nehmen. Direkt alles lahmzulegen und zu uns durchzukommen. Foxy haben sie auf jeden Fall wahrscheinlich heute Morgen Red Bull gekocht mit Kaffee oder so. Keine Ahnung. Das Vieh geht auf jeden Fall mächtig am Stock. Aber ich hoffe, ihr habt wie immer Spaß mit dem Video gehabt, Leute. Wir werden auf jeden Fall A Golden Past fertig spielen. Ich denke, in meinem nächsten Video sollte das auch schon der Fall sein. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video hier auf dem Kanal wieder. Euer Töber verabschiedet sich. Macht's gut. Und bis dahin. Euer Töber verabschiedet sich. Euer Töber verabschiedet sich. Ich denke, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Töber verabschiedet sich.